Wir sind zurück, bei Guild Wars 2, meiner Mission, Riff, irgendwas, Riff der Stille. Wir sind bereit und können jetzt in die Mission betreten. Macht den Visier ausfindig und übergebt ihn das Scepter und begebt euch zu den Docks auf der anderen Seite der Insel, wo wahrscheinlich der Visier ist, den wir das Scepter übergeben müssen. Wo ist denn das Scepter? Komme ich hier vom Schiff runter? Oh, hier. Hallo? Ah! Ihr begebt in der Süden zum alten Kloster und dort werdet ihr den BlaBla. Den Visier... Irgendwas stimmt hier nicht. Was? Irgendwas stimmt hier nicht? Interessant. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht, dass wir Level 13 Gegner rumlaufen. Oh Gott. Wir brauchen aber Schaden. Aber ich hasse ja sowas von wegen rumtragen von irgendwelchen Gegenständen und dann kann man währenddessen nicht angreifen. Oh, nee. Das ist nicht so mein Ding. Das ist eine miese Fähigkeit. Das ist echt eine riesen, miese Fähigkeit von den Gegnern. Dieses Feuergedöns. Das ist einfach mal so übelst viel. Abziehen. Einfach mal so. Ich weiß auch gar nicht, ob ich richtig bin. Kann ich die Fähigkeit nachher nicht so ausführen. Naja, die nicht. Okay, nee, dann lege ich das doch immer wieder ab. Hallo. Nein, nicht die Fähigkeit aus wie ein Gehirn. Okay. Oh, 55 Schaden. Das geht ja mal gar nicht. Bin ich jetzt hier richtig? Muss ich hier lang? Was ist hier hinten? Da ist irgendwie so ein Heini. Rodeloser Geist. Helfen der Hode und Geisterweise, denn es ist Wurzstädte zu finden. Oh Gott. Ich will hier noch den Bonus aktivieren. Na gut. Ich glaube, ich muss da nach oben, oder? Das sieht so aus, als wäre da so ein Pixelniger Weg, den ich noch nicht entdeckt habe, oder? Da bin ich ja hergekommen. Hier hinten, oh Gott, da ist vor allem auch eine pixelige Brücke. Hallo. Kann ich ja nicht um die Top? Ja, kann ich um die Top. Das ist ein bisschen einfacher, wenn ich vorher noch jemand anderen angeblich habe. Oh Gott. Oh Gott. Achso, das war's denn noch? Oh, was für ein Bogen war das? 11 bis 19, scheiß Bogen. Hier sieht das doch ganz gut aus. So, hä? Wo muss ich denn da hoch? Egal welche Brücke, egal ob ich über die Brücke gehe oder nicht oder was? Henke! Achso, wie viele sind denn da? Mein Gegner! Wenn ich das über die Brückeuche geheißen! Okay. Ja, okay, geht nicht. Okay. 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 Das wäre ja auch noch, wenn die, ähm, muss man mal rausnehmen, da, wenn die jetzt auch noch, ähm, wie soll man sagen, das Scheiße ist natürlich noch runtergekommen, äh, wenn die Gegner auch noch das Zepter klauen würden. Gut, dass wir das aber nicht machen. Ich dachte, es wären so viele Gegner, aber das geht alles. Verdammt. Okay, ja gut, jetzt greife ich mit an. So, ist doch scheißegal, Brücke oder nicht. Genau, hier ist der Weg, dann nehme ich mal an. Aber die Gegner nehme ich noch mit. Gut. Gut. Na, verdammt. So, Zepter will ich wieder mitnehmen. So. Hier ist alles super. Ach, der Geist kommt auch mit. Kämpft eigentlich auch? Das wäre natürlich cool. Aber eher wahrscheinlich nicht. Was ist denn da vorne? Deine Spass-Spektakel. Scheiße, das funktioniert doch bei dem nicht. Oh, Leute. Hier, guck mal. Äh. Was soll denn? Jetzt soll ich den Henker auch mal angreifen. Ich greife irgendwie mal den Boss. Ja, genau. Jetzt geht er auf dem... Gut. Jetzt haben wir noch einen Hellen. Gut, jetzt hat er noch... ...grandios funktioniert. Und hier noch der letzte Rest. Ja, funktioniert natürlich wieder nicht. Ist da natürlich kein... ...kein... ...mensch oder sowas. Ich hoffe, ich gehe richtig. ...wenn wir da nicht so sicher. Ah, schau mal an. Weißer Mantel. Hallo. Euch kenne ich doch. Och. Nee. Keine... ...oh nicht. Ja. 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 Ich denke mal, ich muss auf die andere Seite gehen. Seite der Insel irgendwie kommen. Los mit Teiler. Da sind auch welche. Ich weiß nicht mal, ob der keine verkackten Türme nicht ausweichen muss. Ah, guck mal. Da sterben sie. Natürlich die Frage, muss ich jetzt... Na gut, da tut sich wahrscheinlich eh nichts. Ich würde schon gerne auch noch die Gegner hier besiegen. Aber kommen alle hier. Bon bisschen. Gut. Ich rufe jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020